Jo Freunde, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, vielleicht aber noch nicht. Der Shop hat sich gestern im Laufe des Tages einfach nochmal geupdatet. Und zwar hatten wir statt der dunklen Vorhut auf einmal diesen Rahm-Skin drin, warum auch immer. Auf jeden Fall habe ich euch natürlich trotzdem direkt ein Video dazu gemacht. Deswegen habe ich auch nochmal eine kleine Bitte an euch. Damit ihr nämlich in Zukunft immer direkt mitbekommen, sobald sich hier irgendwas updatet im Shop oder halt ein neuer Skin reinkommt oder sowas, bitte ich euch, scrollt jetzt mal schnell runter und aktiviert diese kleine Glocke da unten. Ihr bekommt immer direkt eine Nachricht, sobald sich hier im Shop irgendwas tut, ich mache euch natürlich direkt immer ein Video dazu. Also kurz runter scrollen, gerne natürlich abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt und diese Glocke aktivieren. Es lohnt sich wirklich hier die Glocke schnell anzuschalten auf dem Kanal. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal an, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Ich hoffe ja, dass heute dieser neue Marvel-Skin kommt, dass sie deswegen hier den Shop gestern nochmal geupdatet hatten. Wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren und... Yes, nice! Erst da, gleich vier Sachen. Lol, es gibt einen Hängegleiter dazu. Mega nice, der Star-Lord mit der Hacke und dem Emote. Und ich glaube, der gleiche, das ist doch dieses Raumschiff aus Guardians of the Galaxy, oder? Wenn ich mich da nicht täusche. Egal, wir starten auf jeden Fall jetzt erstmal direkt mit nämlich dem Star-Lord. Schon mal die Pose ist ziemlich cool. Oh, der Walkman! Leute, falls ihr den Film gesehen habt, da wäre ich auch enttäuscht gewesen, wenn der jetzt hier nicht dabei gewesen wäre. Oh, warte, was ist denn das da dran? Ist das... Oh, es ist ein Mini-Groot! Leute, es ist einfach ein Mini-Groot und steht hier tiltet drauf. Lol, was zur Hölle? Und hier auch noch Guardians an der Seite dran. Sehr, sehr geiler Skin, gefällt mir auf jeden Fall. Werde ich mir direkt hier auch mal holen und ich werde ihn natürlich auch wieder an euch verschenken. Das heißt, ihr könnt heute gleich 2000 V-Bucks gewinnen, um euch hier zum Beispiel heute den neuen Star-Lord zu holen. Also, wenn ihr den hier haben wollt, diesen Skin hier, alles was ihr tun müsst, ist einfach nur heute mal kurz in den Fortnite-Shop zu gehen und dort Snoxy als Creator einzutragen. Also, wie mein Kanal mit einem kleinen i am Ende dran. Einfach nur Snoxy dort als Creator eintragen und wenn ihr das gemacht habt, dann nochmal kurz auf den Star-Lord-Skin heute gehen und dann seht ihr hier unten mit diesem Kauf unterstützt du Snoxy. Davon macht ihr mit eurem Handy einfach ein Foto und schickt mir das auf Instagram als private Nachricht. Auf Instagram heiße ich Snox, falls ihr mir da noch nicht folgt. Genau, einfach nur als private Nachricht das Foto, wie hier Snoxy als Creator eingetragen ist, dorthin schicken. Und ja, alle Leute, die dann bis heute Abend mir das Foto geschickt haben, wie sie hier Snoxy als Creator eingetragen haben beim Star-Lord-Skin, die können dann heute hier 2000 V-Bucks bekommen, um sich dann heute den Skin zu kaufen. Oder vielleicht was Alternatives, zum Beispiel den Emote, könnte man sich auch noch dazu holen. Oh, Leute, ich will nicht spoilern, aber das ist eine Szene aus dem Film. Falls ihr den nicht kennt, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil das ist eine ziemlich coole Szene. Der kommt direkt hier aus dem, aus dem Guardians of the Galaxy Film. Ich glaube aus dem, aus dem ersten oder aus dem zweiten Teil. Ich bin mir gar nicht sicher. Oh, das ist Avengers. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch genau an diese Szene. Sehr, sehr cooler Emote, auch den werde ich mir direkt holen. Machen wir weiter, nehme ich mit der Hacke und zwar der Guardians-Axt. Schaut schon mal ziemlich heftig aus. Hören wir uns auch mal den Sound an. Hm, der ist jetzt leider nicht so besonders, aber sie schauen natürlich ziemlich, ziemlich geil aus. Auch die werde ich mir hier direkt mal holen. Ich bin halt einfach Marvel-Fan, deswegen werde ich mir hier die ganzen Sachen holen. Und auch noch der Gleiter. Alter, nicht dein Ernst. Als ob das einfach so ein Portal ist. Hä, wie geil ist das denn gemacht, Alter? WTF? Hä, das ist ja mal der geilste Gleiter aller Zeiten. Alter, what the fuck? Ich frage mich, ob das der andere auch hat. In den Herausforderungen gibt es ja auch hier diesen anderen Gleiter. Ah, nee, okay, der hat diese Tarn. Okay, das stimmt, das ist dieses Avengers-Raumschiff. Der hat diese Unsichtbarkeitsvorrichtung. Und der kommt einfach durch ein Portal, durch so ein Wurmloch. Mega heftig, Alter, what the fuck? Das ist ja auf jeden Fall die geilste Animation. Ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt auch mal direkt in-game. Ich will mir das einfach mal anschauen, wie das ausschaut. Okay, hier gibt es erstmal jetzt nichts Besonderes. Leute, wir springen einfach mal direkt rein. Ich will wissen, wie das denn in-game aussieht. Let's go. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und. Oh, das ist wirklich geil gemacht. Sein Jetpack und der Walkman, den sieht man auch schon. Okay, dann würde ich sagen, lande ich mal hier ganz kurz. So, gucken. Da haben wir auch eine Waffe. Alter, der schaut schon ziemlich geil aus. Gefällt mir der Skin. Also, wie gesagt, falls ihr heute 2000 V-Bucks gewinnen wollt, hier, um euch auch den Skin zu holen, falls ihr ein paar V-Bucks braucht, nehmt unbedingt am Gewinnspiel teil. Schickt mir einfach ein Screen davon, wie ihr heute Snox hier als Creator im Shop eingetragen habt beim Starlord-Skin hier. Schickt mir das gerne auf Instagram zum Beispiel. Auf Instagram heißt ich, wie gesagt, Snox. Einfach als private Nachricht senden oder mich in der Story drauf markieren. Bis heute Abend habt ihr Zeit, also macht da unbedingt mit, wenn ihr heute hier die 2000 V-Bucks kostenlos haben wollt. Ich glaube, ich würde den Skin einfach die nächste Zeit nur noch spielen. Ich fand Guardians of the Galaxy war wirklich einer der geilsten Filme, die es überhaupt in letzter Zeit gab. Kann ich wirklich empfehlen, euch den Film mal anzuschauen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Oh, hier sehen wir noch mal den Gleiter, aber ich kann noch mal reinfliegen. Zoom. Oh ja, das... Das schaut schon heftig aus, also gefällt mir das Set, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt hier zurück in den Fortnite-Shop. Ich lande nochmal kurz hier und gehe mal raus. Und schauen wir uns jetzt weiter den Shop an mit der Traumblume, war jetzt nicht so mein Skin, so ein Hippie-Skin fand ich jetzt eher nicht so cool. Dann Showstopper. Passt irgendwie gut zu ihm, finde ich. Dann haben wir noch den Warthog oder Warthog. Dann die Nachteule, auch die würde ich eher nicht holen. Da gibt es diese, ähm, ich glaube, Jingu Bang Hacke heißt die. Die sieht relativ ähnlich aus, aber die hat einen ziemlich geilen Glüheffekt, wenn man dann halt mit der schlägt. Dann, äh, beginnen die so zu glühen. Das schaut viel cooler aus und kostet, glaube ich, 1200 V-Works, obwohl der Sound eigentlich ganz cool ist. Alter, der Sound ist schon vielleicht sogar von der besser, aber ich finde den Glüheffekt von der anderen auf jeden Fall geiler. Dann der Grillgeneral, einen schönen Preiswetter-Skin. Und als letztes noch Wareliebe für 200 V-Works. Auch schon eine Weile nicht mehr drin gewesen. Wie das aussieht am Ende, wenn er wieder zurück in die Pose geht. Zack. Jo, okay, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Ihr könnt wie immer rechts um abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Wie gesagt, auch falls ihr hier keine neuen Skins mehr verpassen wollt, einfach jetzt noch schnell runterscrollen, auf Abonnieren klicken und diese kleine Glocke aktivieren. Geht ganz schnell, dauert nur zwei, drei Sekunden. Ach, nicht mal, eine Sekunde dauert das, Leute. Ist kostenlos und ihr bekommt immer jeden Morgen eine Benachrichtigung, was Neues im Shop drin ist. Und hoffe, euch das Video hat euch gefallen. Wir hören uns wahrscheinlich dann morgen früh wieder. Ich versuche jetzt auch wieder mehr Videos zu machen. Hoffe, euch gefällt das Ganze und ja, dann habt einen entspannten Tag. Macht's gut, auch noch drei. Tschüss!